was geht ab youtube und einen wunderschönen guten tag an alle zuschauer und abonnenten wir spielen heute ghostwacken wildland zusammen mit der mac mannus den hitcher und den schuhi hei leute hei und frisie frisie bohnen oh ja hier ist der heli hier ist der heli wir müssen wir müssen sind alle drin alle drin gibt gas was geht jetzt ab ich weiß nicht wo die kommen mit autos alles sind die nur voll alter aber warum wir haben wir haben ihr heli geklaut aber der name war der programm ich drehe gleich um ohne mist dann gibt es hier richtig john jay rambo einfach den berg hochfliegen ist so ätzend so jetzt aber was sagt denn hier unser fortschritt was haben wir schon alles tot hier schon einiges ne ja haben schon ein paar weggenatzt el chido den würde ich auch gerne töten naja der bruder von bushido kein scheiß ne ja ist richtig naja sag mal weiß irgendjemand wie man mit einem scharfschützengewehr noch ranzoomen kann hier geht nicht ja noch nicht da musst du mal unten und links gucken ob sie drücken kannst du kannst du mal die besieger einmal okay mannus hat hier eine nebenmission aktiviert leute macht euch bereit aus dem menü raus oder geht es schon direkt zu der warnleuchte ja jetzt sie den sicario ok ich stelle mir mal ein abspringen abspringen wie sie ist in den roter gekommen ja kann ich jemand hochheben danke hitzer das sehr nett von dir direkt weggeschossen werde ich hole erstmal mannus das wäre cool stehe auf mein sohn dich töten damit tue ich dir einen gefallen nein 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 liegt hier ach hier hast du ihn? ja wir haben ihn ja ja da oben auf dem dach ey ich krieg hier die macke alter lass doch was nen infopoint hab ihn äh gibt nur eine sache zu holen ach hab ein abgeworfenes camp-paket entdeckt sehen wir nach ob es noch da ist hier ist der standort eines kartells in das die aktivierende nachladen den standort einer kartellantenne gefunden die sollten wir mal abschalten ich fliege doch also das haben wir jetzt gekriegt dann sagt bloß er den saum alle da? ja alle da wie ne nein nein ja was denn da oben noch? komm ran jetzt was ist das hier rechts für ein helles feuer? ein helles? ähm da ist auch ein ausreichsgebiet ist da unten immer noch einer ey da links von uns ja ok ich hau ab dürften auch schon fast alle tot sein ja bei diesem bach den würde ich ja ganz gerne mal mit so einer rutsche runterrutschen sieht episch aus oder? ja mit seinem gummireifen einfach ja genau gummireifen das meinte ich ich mag ja schwimmbäder ey davon ist die party ich mags die rutschen da runter zu rutschen watschuuu manchmal ne ist noch jemand hier im heli? ja ok lol guck mal oh scheiße direkt vor uns manus hinter uns scheiße mach der leute wer schießt denn da auf nicht? ok go 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 ja wer von sorry sind nicht ganz leise rein da war auch kamikaze heute was denn nur los ey na scheiße ich flieg gleich ich liege hier sind überall leute rechts links überall heli über uns den heli hol ich runter wo ist der? da oben oh vor dir ja what the fuck ey shit ich war fast dort ey ich hole frisi ja warte ich hole ich war fast dort ey jetzt hole ich frisi ordinate dankeschön noch welche da hinten ist einer alles liegt auch mittendrin einfach ja ich mach das doch zeig ich doch hier hier deck alles hin alles fris alarm ist raus also einer kann auf jeden fall schon mal zu mir kommen dabei holst du ihn? ok boah haut er mir die spritze ins herz alter bist du nicht ganz sauber schön die adrenalin reinhauen ja musst du aber abgeben wie ein zäpfchen mach ich mach ich was ist hier eigentlich für die lautsprecher sollen wir zu schauen castingshow ja ja junge junge ja weiter 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 ey vorne hinten aua ok ich hab das c4 gestartet oh lol geht's nicht gut kann mich jemand wiederbeleben ja komm schon ich muss erst die Infos holen so jetzt hinter uns auch oh ja ich weiß nur nicht wo oh weiche ladyhände ja Dankeschön ich hole mir jetzt aber auch noch die Notizen da aber was das denn hier spaniens next topmodel so das haus ist auch clear ähm irgendwo ein heli stehen? ne ne stop eigentlich müsste hier einer stehen okay 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 so ähm heli ist wo? warte mal wir müssen ja bei also wir haben jetzt auf jeden fall keinen auftrag mehr das heißt wir müssen bei B warte mal ich hab ne andere Idee was viel cooleres jetzt kommt's was denn? was denn B? das B ok ok ich bin auch drin ich bin auch drin so so dann auf geht's was hast du denn für eine Idee? ne es geht nicht mehr schade warte mal kurz äh dann müssen wir jetzt eigentlich gibt's eine neue Waffe ja diese gelben Punkte müssen wir mal aufdecken die aufbremsen ja aufbremsen starten Husser Zeilen Dom wo? was macht denn der Manus? alter hau die Bremse rein lol lol der Schwein ey das war kein Schwein ey was geht denn ab? ah meinst du war Skill oder was? glaub ich nicht ja jetzt sag doch mal was dazu ja ich hab die Augen zugemacht es wird Zeit meine lieben Freunde ich hab Durst so hier gibt's die Aufklärungsdaten oh und die dat base der ist so ein Arsch ey so ein Arsch ach komm lebe ich noch? ich leb? ja du lebst noch weil du nicht ausgestiegen bist aber jetzt würd ich aussteigen das ist so ein Penner ey kannst du mich mal aufgeben bitte? achso ja wenn der Haley hoch geht wo bist der denn? du bist in der Wand er ist da oben drauf ich lieg hier oben aus dem Felsen ich hol ihn steh auf und rech dich an Manus wenn du zielen könntest hätte ich ja ich konnte nicht rüber zielen ich wollte grad sagen ich lass ihn liegen voll noch rum erledigt Frizi Frizi hol deinen Mate Frizi hol deinen Mate Frizi hol deinen Mate Frizi 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 Schuie Alarm Alarm Frizi Scharfschütze down ok wir müssen rein wir müssen noch eine sein entstehen wo ist er in diesen Dokument stehen Routen und Zeitplan der Dokumente Ok ja ich hab's mal dunkel gemacht jetzt machen wir einen auf Batman hab ihn mal ganz ernsthaft, unsere Rebellen kommen immer dann, wenn alles vorbei ist ja, das ist mir auch schon aufgefallen so, warte mal hier gibt es Waffen, äh, Munition ist es sonst noch was? ne, ne hier einfach dunkler ist wie im Bärenarsch gerade die müssen hier weg die kommen immer mehr du kannst dich immer alle holen, ey aber ich will da, kriegst du Spongebob Pflaster jetzt geht's wieder oh, aber ich hätte gern Barbie gehabt scheiße, ist rein er lässt da unten das Auto nehmen auch übrigens, da kommen jetzt einige ja, wir müssen, nehmen wir den mit der Gatling oh, mein Spiel ist schon wieder abgekackt ähm einer muss fahren ne, wir müssen das mal hier aufräumen kurz oh, fuck oh, ich bin down, Leute alle down, oder? du lebst noch deine Chance, Manus jetzt kannst du glänzen alter, halt die Schnauze, ey weißt du, was hier abgeht gerade? das schaff ich nicht hab ich gesehen acht Mann da war mehr, da haben wir noch Autos angefahren halt das, ey aber wir haben die Infos, oder? ja, die haben wir Pitcher schuld bei wie vielen Minuten sind wir denn jetzt? 14 14 14 ja da geht er noch ein bisschen, äh aber alle haha ich denke, ich werde glatt noch ein Gläschen ein hier mit der leckeren dem leckeren Wasser ähm ok lol wir kriegen nichts angezeigt auf der Map wot 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 ist da los wir haben die infos geholt und nun kann ich noch mehr infos haben wir noch einen ja einer ist weg irgendwie komisch das fettig oder fragezeichen die fragezeichen abgeben wir machen ich würde mich einfach umgefahren wenn du hast dich ja vorhin auch umgefahren das war rache alter bei mir war das aber was anderes dankeschön bitte vielleicht nur eine karre holen gelände kommen mir aber bekannt vor hier war das nicht mit der kack mission ziel nummer drei was machen wir jetzt pro getöteten gegner krieg nur fünf ep jungs auch hier will ich aber ganz schön weg denn drauf gut so kommen die läuft schon wir sind unterwegs ok schön geparkt wie jetzt ja komm gut wir fliegen zu d nehme ich an zu d fliegen wir wir fliegen zu d fack wir wollen einfach mal ein fragezeichen da aufdecken schnall den abkommen hier hat er keinen bock den abzuknallen oder würde man noch mit recht wer ist jetzt recht wer hat das laba erschossen er hat das laba erschossen nein doch mal die tüben ab ja ist der frauen noch einer hinter der hütte sehe ich nicht nachher unten frauen ich will nach links ich habe hier noch ein fragezeichen unbekanntes ich habe hier noch ein fragezeichen unbekanntes ort ja ja da fliegen wir gerade hin achso einmal im frühjahr da gab es ein manus er war voll besoffen was denn wollten oh alter wie das abgeht und bam da ist es aufgeschlagen so hier sind ziemlich viele rebellen die sowieso nichts tun außer einfach da sein das stimmt so da ist noch ein unbekanter ort Hitcher kannst du erstmal schön beten gehen ey ja kannst du von deiner zwanghaften onaniererei reden hier wir müssen aber wieder landen hier ist echt viel oh alter was hier los ist ist ja abartig ach kein präsent ist tot lassen wir mit der drohne spotten ja ich bin schon dabei aber ich habe auch wieder einer schön oh oh blöde kleinstadt oder was soll das hier sein alter was ist denn das für eine festung Hitcher pass auf ja 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 wer soll den holen wer soll den holen wer soll den holen ok hab mal beide geholt bevor hier was in die hose geht aber da direkt bei euch ist einer der ist nicht gespottet ok irgendwas irgendwas wurde wir sind aufgeflogen hier direkt einer links hier in der türe ist einer am zaun der leuten versucht zu fliehen der geht ins auto hier der das wichtige ziel sitzt in einem fahrzeug hat man mörser angefordert wir haben es gehört wer rein aber ein jetzt schon ich brauchen die unterstützung wir sind von unterbeschussen hawein den deckhofer dann boah boah äh kriegen den kommentant nicht mehr hawein 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 rebellen rein yo ja rebellen kommt zur hilfe das ist gut sehr gut sogar scharfschätze entdeckung gesundheit danke wir haben noch einen du kannst nicht mal durch so einen blöden stacheldrahtzaun schießen hab noch einen also hey die steht hier irgendwo sind die infos wer auch irgendwo äh ich gehe rein da hast du die infos hol sie hab sie schon ok hab die dokumente ja haben wir ja fast alle oder keine tun wieder ja was ist denn los ey ich hab die dokumente jetzt genommen dann freeze und den aus hm ist das gar nicht oder weniger in den sack geschossen das ist ja echt schade dass er bei dir so abkackt die ganze zeit ja ich bin sicher dann im grafik update gestern boah da hab den noch einer sein oh ist down da schütze habt ihr ja 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 hab ich down so ohne down sein richtig haben wir den ort entdeckt ja aber der kommandant ist abgehauen den wir verhören sollten meint das ja der hätte uns wahrscheinlich neue infos gegeben ich weiß nicht hier ist neue heli kommen wir den erstmal nehmen ja steckung kommt da kommen noch mehr von denen kam oder der heli 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 ihr müsstet mich abholen ich bin auf der anderen seite der mauer ähm ich hab ein problem hallo ich bin unterwegs oben auf dem turm ist noch einer einen turm hab ich gut stecken stecken wir müssen los wir müssen los voran so bitte neues C markieren ja nur wohin da unbekannter ort ist markiert oh da sitzt jemand an der Gatling einmal C bitte C? C ja C wo ist C? da drüben los dort eine saubere landung ganz sauber ja ich bin tot warum steigst du auch schon wieder aus? ich verstehe das nicht ja warum denn nicht? ich vertraue dir nicht mehr oh merk das doch das war mal 57 was? was sagt der? da labert schon wieder quark wir müssen echt mal so ein alles zusammenschneiden wo manus die helikopter zusammen drescht hat auch eine folge auf jeden fall zwei das ist die ganze Serie raus Tango markiert er steht sehr nah bei Zivilisten ey da unten steht ein Heli der heißt unser Physi ja gut meine lieben Freunde wenn es euch gefallen hat das Like nicht vergessen auf jeden Fall bei den anderen vorbeischauen und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder in dem Sinne haut rein Jungs 58 bis dahin tschüss und bis zum nächsten Mal haut rein ciao noh hoch ganz Vielen Dank.